ARD Text im Auftrag des ZDF 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 Hi Leute, willkommen zurück zu Call of Duty Weiter geht es mit der zweiten Exo-Zombie-Folge Also, viel Spaß, eure Lissy Das Schild ist deaktiviert, wir können ihn abknallen Ja, ich musste grad die Muni holen, deswegen Ab ihn Punkte, Punkte Ey! Boah, 1100 Credits in einem Nein! Ich hab jetzt 8000 Punkte Boah, du Geil Nicht schlechte, kann ich mir wissen, jetzt schneller nachladen kaufen Wenn ich wüsste, wo das ist Hm Also der Druck ist wieder hier am Anfang, ne Okay Hey, der hier ist online Okay Davon gibt es kein Zurückweg Ich müsste mal zum Waffenpuncher Ja Er war direkt unter dem Exo-Anzug Okay Okay Bilde Punkte Mhm Mhm Ah, da ist er, ich seh ihn, ich seh ihn Perfekt Ja 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 Was ist das passiert Nachladen Das kann doch nicht wahr sein Was denn? Wo ist denn hier schneller nachladen Wo ist denn hier schneller nachladen? Wenn er gerade bestimmt, äh, drei, viermal vorbeigelaufen Ja Ja, so wie eben am Drucker, ne Ja Jetzt sind wir einmal außen rumlaufen Mhm Ja, guck doch mal auf die Karte Oder Ja, ich hab gerade gedacht, ich, äh, finde es so heraus, aber Ich glaub, ich muss passen Was ist denn hier mit dem los? So Was haben wir denn hier, ähm Speedcola, ne Ja Ah, ich bin jetzt gerade Ah, hier ist der, hier ist der Soldat Okay Äh, wo ist der Soldat? Ja, das ist eine sehr gute Frage Ja, warte, ich bin auf dem Weg, äh Warte, wo bist du? Ja, hier, komm mal mit Hier geradeaus Hier nach links Hier einmal rumlaufen Hier ist auch noch ein Waffenpanscher Und den genau gegenüber Moment Ich glaub, ich war hier noch nie drin Warte mal, was kann das denn hier nochmal? Äh, hier Exo-Soldat Ähm Denn, ähm Das war doch hier Na, sag schon Dass er die Waffe gerade hält beim Laufen Ah, okay Ja, hm Na, nehmen wir einfach mal mit Das wird was Ich glaub, das ist das gleiche wie, äh Wie nennt sich das extra? Gun-Who, ne? Ja, genau Gun-Who Oder so Ja, genau Gun-Who, ne? Ja Ja Äh, ich wollte noch einmal zum Drucker Zum Drucker Äh, Drucker, Drucker, Drucker Ist er noch am Anfang? Ne? Der Drucker ist bei vier Ähm, was denn vier? Ähm, gute Frage Ich glaub, dass der Exo, äh, hier Der Dekonti Ähm Ähm Ich glaub im Raum daneben, ne? Weil, zwei Spar 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 nennt sich das, also das ist schon die Saune Oder auch hier lang, ne? Oder? Warte Also vom Exo-Raum aus, äh, nach links Ja, sind hier lang Ja, sind hier lang Genau Ich guck mal gerade, dass ich, äh So schnell nachladen Mal hinkommen Ähm Hä, wo ist denn hier die Kiste? Ah, hier Oder? Hm Hä? Gibt's doch nicht Also ist sie doch wieder da unten Ah ja, okay Hier ist nur Gesundheit Oh, hier ist auch ein Cent in dem Team, das nehm ich einfach mal Mhm Der Drucker hier ist online Ähm RW1, ne Hm Hm Ja, von mir aus können wir weitermachen Hm Ja, schneller nachladen hast du schon gefunden vielleicht? Ne, ne? Ähm Weil ich bin jetzt gerade gefühlt die ganze Map einmal abgelaufen Kann doch Ach hier ist es doch Ich bin ja, ich hab schon, ich hab schon Äh, ich hab das eben vergessen zu erwähnen Ich hab's ja auf der Karte gesehen Hm Ja, hier vorne Ne, ich bin da gerade bestimmt viermal dran vorbeigelaufen Weil ich immer von hier aus kam und immer gleich nach links gelaufen bin Mhm Hm Ach Ach Ehrlich Ähm Gegner Okay Aber vielleicht solltest du das andere extra noch nehmen hier, dass du drei Sachen tragen kannst von deinen ähm, zweiten ähm, Granaten Also von deinen Ablenkungsdrohnen Ja Hast du immer drei auf der Hand Halt nur die Konzentration Lade nach Danke 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 Hm 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 Also klappt das eigentlich ganz gut Ja Hm 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 Hinten dann die Ecke, äh, besetzt und ich guck hier in den Gang rein Ich muss nachladen Okay Komm irgendwie Ado noch bei dir Ja Hm 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 Äh, mit welchen Waffen spielst du jetzt gerade? Äh, mit der Amelie und mit der, wie heißt die nochmal? Äh, Piatek? Piatek? Äh... Piatek? Piatek? Okay Ohr Druckeranstieg Muss Munition sparen Bist du zum Drucker? Ah, du bist ja da Ähm, pass mal auf, wenn du möchtest kannst du ziehen Mhm Okay, kannst du nicht, hier sind ganz schön viele Ähm, ich schmeiße jemanden Netz hin Paketenwerfer Nee Äh... Doch, gehört mir, ich mag den Echt jetzt? Ja Ja Ich hab dir eine früher mal gesammelt und dann so mit dem Raketenwerfer abgeknallt, also, äh... ich finde eigentlich dafür ist es nicht schlecht oder wenn wir dann hinterher noch mal oben sind so da drüben ja bei diesem äh endboss da ja gut okay kommen wir jetzt wieder runter oder doch okay wollte mir speed cola kaufen gott wird kommen noch viele räume auch noch nachladen ich habe die moni da oben liegen wieder sachen da ist wieder ein goliath und dieses verlangsamungs geschützt wurde schon was kann ich wie das richtig heißt sicherheit ich glaube da landen gerade wieder neue sachen ja also die hier zu zweit zu sammeln das kann man vergessen ja gut ich wollte am ende der runde immer kurz nach oben da könnten wir ja die sachen mitnehmen wieder oben liegen also die perks ja doch da kommen wieder das gibt es gar nicht ich habe schon mit der zelle auch schon wieder kein one shot mehr verdammt da kommen ja noch neue oh wer denn die neue waffe hier machst du die obwohl die ist ganz schön gewöhnungsbedürftig weil du kannst mit der waffe nicht auf einen gegner direkt drauf schießen bei den ersten aufschlag den zählt er nicht redest du jetzt von der pingpong waffe oder ja genau das habe ich ausprobiert als sie hatte ich hatte das glück dass ich in der ersten runde gleich gezogen hatte hat doch immer versucht verzweifelt den gegner mit abzuschießen und der erste aufprall der prall hat ab egal ob zombie oder wand ist dunkel geworden ich habe ich habe keinen mehr also bist du schon drüben oder ja ich weiß ja nicht was jetzt kommt ob wir jetzt wieder teleportiert werden oder die runde ganz normal weiter geht ich nehme einfach mal den goliath mit wo wenn man 20 zum jahr im nahkampf erledigt ja die anzahl weil sie nicht irgendwie von das 20 ja ich glaube ich muss beboxen dann habe ich noch was schönes für dich doppelte punkte nein ja ich denke mal also der steckt wahrscheinlich schon schaden ein also von den zombies und dann dazu ja dann hat so viel auf einmal bei mir ist sehr ruhig ja genau kein einziger zombie taucht hier auf mehr und dann einer hier stromzombie wurde schon sollen was bringst du denn hier mit sagen ja besuch meine muni ich sehe gerade ich habe 16.000 punkte ich muss mal was ausgeben das letzte glaube ich hast du denn sanitäter schon gesehen eigentlich ich hab das war am anfang oder ja meinst du es ist ja immer am anfang ja das war oben ja oder meinst du jetzt doch das war oben ja also schneller wiederbelebene natürlich immer lieber nicht ja stimmt bei 1 kommst du da überhaupt zurück ja ich überlege ich meine es war oben oder ja wir müssen wahrscheinlich ja oder was halt in der nächsten runde ja ich denke was nicht verkehrt nur das zu haben ich weiß aber nicht was jetzt kommt ihr das perg mal gehe ich auf jeden fall hier wie heißt das noch mal kann ich gar nicht sehen hier exo vorrat genau da hast du dann eine peinungsdrohne mehr also kannst du drei sachen tragen oder dreimal namo schwamm oder was auch immer du denn da hast und kriegst noch mal eine 1 mit zwei granaten dazu also hast du insgesamt fünf woche hand und drei von deinem extra ja runde 19 weil der ist gestorben schon nicht ja das ist auf jeden fall besser als gestern ja definitiv du musst deine peinungsdrohne mal ein bisschen mehr einsetzen glaube ich oder hast du die nicht mehr ja ich hab die nahe weil jetzt ist sie eigentlich immer nur im notfall eine aber jetzt langsam gehen wir die voll auf die nerven elektro aber ich sag mal wenn du hast du das perg geholt dass wir das drei stücke war und nein ich hatte ja nur 4000 ich wollte jetzt nicht die hälfte von meinem geld hat sich jetzt mal kurz ein das ist mir jetzt gerade zu viel hier so ich wollte halt nicht die hälfte von meinem geld dafür ausgeben ja ich mache das dann jetzt in der nächsten runde oder am ende der runde wir haben besucht ja ja ich habe das sendte und das war hier gerade etwas zwischen er ist natürlich achte liebe güte auf sie mir dahin kommt ich bin schon auf dem weg ich habe ihn gleich gut dass wir das team dabei haben hier ja das habe ich auch gerade gesagt mir wo war das perk ne ich bin gerade dran vorbeigelaufen da kann das sein ja ja aber gut meine peilungsdrohnen oder ablenkungsdrohnen genau sind jetzt eh gerade leer ist hier was los ich hätte gerne ab wie bei black ops 1 das ist voll hier deswegen bin ich hier gerade rausgerannt muss meine waffe mal punchen 24.000 punkte meine güte ich weiß gar nicht was ich kaufen soll gibt mir was ein bisschen geld ab ja das geht ja leider nicht mehr jetzt schießt alles was du hast ja auf ein paar ja wo sind sie denn alle ihr habt alle ja dann kommen wir zu mir okay für ein exo-zombie so einen grünen zombie könnte ich glaube die runde ist vorbei ja mal wie sie auch hinter dir verbraucht ich habe mein thermal wie sie jetzt auf der amelie drauf das ist ja obwohl beim zombie modus spielt sowieso aus der hüfte ja also mal oben wer der gulliat ich weiß ja nicht was jetzt in der nächsten runde abgeht lass uns doch mal hingehen doch okay denke mal alleine wer selbst mord aber das wollte ja hinter uns ist nur eine aber das könnte der letzte sein ich bin so langsam hier mit der waffe ja guck mal das meinte ich du kannst hier oben noch hoch hier lang letztes war die vorräte ich habe diesmal die fahrt bezahlt hier ist exos an die trete genau aber ja gut sagen wir bringen erst mal um aber ich dachte ist ja dann auf der anderen seite der zombie ja ist ja kein problem du bleibst du doch hier ja und ich laufe immer einmal und für viele bist du aber so noch eine nee die runde blinkt noch nicht kriegt hier aber noch ein qualer rum ja keine spielchen mehr aus bringen wir es zu ende aber ich höre ihn schon er ist am rülpsen sollen dann hier sein ah hier ist er ich hab' ich hab' die party verlasse' ich hab' ich hab' die party verlasse' ich hab' ich hab' die Gerade jetzt, ey. Boah, was geht denn mir ab? Was geht denn hier ab? Da fliegt man aus der Party raus und kommt wieder. Oh mein Gott. Was geht denn hier ab? Verdammt. Ey, der hat ja nur so viel Leben. Wieso geht denn das Ding nicht an? Du musst alle vier Stromgeneratoren wieder anmachen. Dann müssen wir den Typen da rauflocken. Ähm, und, und, ähm, ja. Dann müsste der irgendwie drauf kleben. So, jetzt kannst du. Ah, okay. Genau, dann geht der Schutzschild weg und dann können wir ihn abknallen. Ja, weil ich bin ja gerade aus der Party geflogen. Komm wieder. Auf einmal steht das Vieh vor mir. Ja, habe ich gerade gesehen. Und dann hast du mir die Einladung geschickt und ich konnte nicht beitreten, weil ich hätte da so einen großen Typen vor mir. Also wir müssen auf jeden Fall ganz schnell die Generation wieder anmachen. Fehlt noch eins. Ich lauf rüber. Lock den in die Mitte. Wieso geht das nicht an? Okay. Ich bin eingeklemmt. Nein. Tod. Ja. Ich habe mich für die Allgemeinheit geopfert. Ja, sehr schön. Ja, was für ein Riesentier, ey. Oh mein... Wo kommt der denn hier? Boah. Was geht denn hier ab? Das ist ja richtig übel. Ich brauche mal hier, äh... Ne, Muni bringt jetzt auch nichts, äh... Ich habe ja noch... Ich habe den Raketenerfahrer, weil das bringt nichts hier. Oh, er ist schon wieder online. Boah, der kann aber zuhauen, ne? Ja. Gleich die Generatoren wieder anmachen. Ja, ich habe keinen Juggernaut mehr, ne? Ist hier klar, ne? Ist schon weg, ja? Ja, hallo, ich bin doch... Ach, nee, das ist immer noch da. Hä? Ich habe den doch wiederbelebt, also. Ah! Tod. Du bist nur noch ganz alleine. Ich habe gar nicht da unten auf die Uhr geguckt, ich war ja infiziert, ne? Also, äh... Unten links, weißt du? Ah, verdammt. Das ist nicht euer Ernst jetzt hier, ne? Also, das ist mal was ganz Neues im Zombie-Modus, ne? So ein richtiger Endgegner. Der sieht irgendwie total aus wie der Goliath, ne? Von E-Wolf, so ein bisschen. Ja, genau. An dir muss ich auch denken. Geh es mal weg. Hier ist der Nervt, ja, ne? Nur, dass der irgendwie total ekelhaft hier aussieht. Hm. Na, der hat ja noch die Hälfte. Hm. Ich muss mir nur leider die Muni jetzt mal irgendwie holen. Hm. So schnell ist er ja gar nicht. Die Muni war für die Kunde über. Ja, ja, ich wollte ihn nur ablenken. Ähm. Komm schon, komm schon, bitte, bitte, bitte. Oh, weg, weg, weg. Boah, das war ganz schön knapp. So viel, wie, komm her. Ach, oh nee, was ist denn jetzt los? Ah, verdammt. Ach, du liebe Güte. Aber geht er denn nicht an? Jetzt kannst du nur noch eine Seite entlang laufen. Oder hol dir erstmal neue Muni, ne? Ne, ich hab ja noch 87. Ja, ich mein jetzt wie die Granaten und das wird ja auch da aufgefüllt, ne? Oder? Ne, wenn, oder? Ja. Ich mein ja, alles wird aufgefüllt, ja? Granaten und Muni. Oh, das geht mir gerade ein bisschen auf die Nerven hier mit dem Gas, ne? Ähm. Ja, okay, ich kann's eh in die Mitte dann laufen und den. Oh. Ich hab' ja nicht. Oh. Ach, du liebe Güte. Ist mein Exo auch noch down? Ähm. Jetzt ist das schon wieder nicht angegangen beim Vorbeilaufen, ne? Das war bei mir eben auch so. Ach, du liebe Güte. Ich glaube, das mach' ich nicht mehr lange, äh. Ah, das war knapp. Oh, oh, oh. Und jetzt musst du aufpassen. Na, abhol geht wieder. Nimm dir irgendwie Muni und, und, äh, werf diese, äh, diesen Nano. Ja, hab' ich noch nicht. Ja, ich hab' auch kaum, dass du jetzt aktuell da dran kommst, ne? Ja, an die Muni. Wenn ich jetzt stehen bleibe, dann, äh, ist, glaub' ich, vorbei. Ja, du musst dich aber erst umbringen, sonst, äh, oder? Kommst du dran? Komm schon. Ja. Oh, wei. Ich zieh' mal ein bisschen ablenken. Ähm, oh, oh wei. Ich bin infiziert. Oh, nein. Oh, nein, ich hab' das gar nicht mitbekommen. Oh, ich guck' gerade auf die Uhr, seh' ich da nur acht. Oh, nein. Oh, nein. Schade. Aber war aber eine gute Runde. Und ich meine, dafür, dass wir das dritte Mal, dass wir die neue Karte das dritte Mal gezockt haben, war das so eigentlich ganz in Ordnung, ne? Ja, war doch eine gute Runde, ja. Ja. Auf jeden Fall. Aber schade, dass ihr zum Schluss gerade... Ja, ich hab die Uhr geguckt, ne? Ich war ja infiziert, war auf einmal tot, ne? Ich hab ja da... Ja, wie bei mir gerade. Ja, flieg aus der Party raus und hab da so ein Riesenmonster vor mir. Also, ne. Hm. Ah, schade. Naja. Naja.